Willkommen bei OneAppaDay. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. So ist die ganz genaue Beschreibung. Aktuelle Version zum 1.4.0, erforderliches Betriebssystem 5.0 oder höher. Wie immer für euch getestet auf der Galaxy Watch 4. Eigentlich müsste ich das auch gar nicht immer erwähnen. Das müssten die Hörer und Hörerinnen und Hörenden und Hörerinnen und so weiter und so fort inzwischen wissen. Und bei 195 Gesamterwertungen gibt es eine Durchschnittsternewertung von 3,6 von 5 Sternen. Irgendwas hat es gekostet. Ich glaube, entweder habe ich es mal rabattiert oder ganz umsonst oder wie auch immer runtergeladen. Und wie immer ist das Problem in der mobilen Ansicht vom Play Store. Kann man, wenn man es einmal besitzt, nicht sehen, was es denn kostet. Es ist ein digitales Watchface. Puls wird angezeigt, 12-24-Stunden-Anzeige, Tag der Woche, Datum, Schritte, Batterie, zehn verschiedene Farben könnt ihr einstellen, zwei App-Shortcuts, die vorgegeben sind, vier App-Shortcuts, die ihr customizen könnt, also selbst einstellen könnt. Das Watchface an sich sieht so ein bisschen aus wie so eine dieser simplen alten Kasi-Uhren. Gefällt mir ganz gut. Nein, umgenauß ist es, es gefällt mir wirklich ziemlich gut sogar. Und da würde ich mir allerdings, genauso wie die Kasi-Uhren sind, tatsächlich gerne eine quadratische oder eine eckige Uhr wünschen und keine runde Uhr. Aber gut, das liegt natürlich nicht am Watchface, das liegt an meinen eigenen Präferenzen. Ähm, wie gesagt, gefällt mir sehr gut, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Das SH001 Watchface. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye, bye. Das war One App-A-Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an. info at oaad.de facebook.com slash oneappetag gplus.deo slash oneappetag oder eine Ad-Menschen an twitter.com slash oneappetag depiz ... 哪ppen ... ... ... ... ... ... ... ...